hey willkommen zurück zu let's play genshin impact wie immer 21 zu 9 und ihr habt ein bisschen was verpasst wobei ich sag das immer aber in den letzten 20 30 folgen habe ich so viel gemacht drei legenden aufträge storyline von jelan probelauf mit jelan banner gepult mit jelan haben auch ja mindestens einmal jeden charakter hier bekommen wobei bei jelan war ich ehrlich gesagt überrascht gewesen wie schnell und einfach das war noel haben wir ihr sternbild jetzt endlich gemäxt was mich sehr gefreut hatte barbara hatten die erste sternbild abzeichen bekommen was okay ist spiele ich zwar nicht aber wer weiß also wenn ich irgendwann wirklich viel zeit habe zu fahren und so weiter würde sich das ja echt gut anbieten jan fei haben wir auch noch mal bekommen auch sehr gut diverse waffen auch eine waffe die ich jetzt auch beide gegeben hatte kann ich euch zeigen weiß nicht im kopf hatte genau das da und da wir das bereits dreimal hatten oder wir haben das dritte mal jetzt in der letzten episode bekommen konnte ich es auch direkt wieder verfeinern was natürlich ideal ist denn beide steht auf jeden fall auf der to do liste aber gut ich schreibe jetzt ein bisschen ab mittlerweile wenn ihr euch wundert warum wir jetzt in der summer sind wir haben diese einladung bekommen für das große trommelfest von ara von arataki ito genau der will drei feste feiern und ja wir sind hier haben schon gehört dass kujusara auch hier eine leber und die andere feuer ember charakter und ja startet die trommel performance bei genta das ist da wo wir jetzt als nächstes also wo wir jetzt stehen geblieben sind aber ansonsten wenn ihr selber alles das sehen wollt erleben wollt storyline vor allem auch da mit den fünf jakshas und so weiter einfach oben rechts auf das iso mal klicken bei youtube dann kommt nämlich auf die playlist von gentschen impact ein führung zur kalibrierung der verzögerung klick nach dem hinweiston auf die entsprechende stelle oder drückt die leertaste sobald der akzent ertönt stelle die beurteilungslinie ein bisschen mit den von dir bestimmten stelle der note grob übereinstimmt ok nichts verstanden so achso moment mal man kann es auch so machen kommt die nur von oben die wiedergabe der melodie kann von gerät zu gerät in unterschiedlichen maßen vor vorverlegt oder verzögert werden stell den kalibrierungswert so ein dass die note der akzente im wesentlichen mit der beurteilungslinie übereinstimmt so ok ich mache das ungefähr akustisch dass es genau übereinander liegt und versuchen das mal ich habe gar keine ahnung ach so das war schon fangen wir an ok feuerwerk in voller blüte einstellungen lautstärke einstellen kalibrierung aktivieren fallgeschwindigkeit in a ok das ist mir zu kompliziert wenn haben wir denn alles in der liste ich mache es einfach mal während du spielst erscheinen verschiedene noten auf dem bildschirm wenn die note auf die beurteilungslinie fällt erhältst du punkte indem du die beurteilungslinie berührst je nach dem zeitpunkt einer berührung erhältst du punkte verschiedener stufe eine lange leuchtleiste steht für einen langer ton den du gedrückt halten und rechtzeitig loslassen muss bis die lichtleiste zu fallen aufhört um punkte zu erhalten irgendwelche taste jkl ok 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist irritiert, weil der Hintergrund immer so flecht und so weiter. Eieieieieieiei, definitiv nicht das Beste, aber wieso eigentlich nicht? So, Urgestein, okay, äh, ich versuche mal was. So. 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 Neuer Versuch. So. 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 Musik Ja, war auf jeden Fall ein bisschen besser Ach Gott, ey Den einen Kombo hätte ich eigentlich kriegen können, aber na gut Aber so kann man auch ganz schnell Belohnung und so Eigentlich könnte man schon wieder pullen und so weiter Aber ich glaube, ich lasse es pullen Ich habe jetzt alle drei Banner der letzten Zeiten irgendwie gepult Langsam gehen wir uns echt in Urgestell und alles aus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020